Wie gesagt, sehr viele Bekannte und es freut mich wirklich, dass so viele Leute heute da sind. Es ist wirklich schön. Und zum heutigen Feste möchte ich eines nicht vergessen. Unsere Firma lebt von unseren Mitarbeitern, wo ich sagen muss, es hat sich in der Zeit herausgestellt, ja, wir sind ein gutes Team, wir passen gut zusammen und wir haben zwei Oldspotzen in unserem Team, wo ich sagen muss, wenn wir die nicht hätten, hätten wir heute auch nicht so dastehen und wir sind jeden Tag da. Wenn wir die nicht hätten, dann doch, jetzt macht es mich ein bisschen schlechter schon. Und zum besonderen Jahr 2013, es ist ein besonderes Jahr, weil zwei 80-Jährige findet man kaum in einem gleichen Jahr, einer hat das Jubiläum schon gehabt, der Papa muss ich sagen, und einer hat das Jubiläum erst am 11.11., da können wir Fosching noch anfangen zu feiern und ich möchte mich jetzt herzlich einmal bedanken, erstens einmal, dass es Ihnen so gut geht, dass ich so tatkräftig mich unterstütze in der Firma und auch tatkräftig unterstütze in der Firma. Jetzt möchte ich mir der Mama herzliches Dankeschön sagen, möchte die Blumenstraße überreichen. Und natürlich auch an Papa möchte ich alles gut sagen, weil wenn wir einen Schließel brauchen, sind wir immer da, muss ich sagen. Es gibt keinen Zweiten, glaube ich. Sogar aus Tirol suchen Sie die schon. Danke. Ja, und zum heutigen Feste, sage ich einmal wirklich, es hat mich so gefreut, dass so viele Leute gekommen sind. Und bitte bleibt so lang, wie es euch gefreut, wie es euch Spaß macht, es ist genug da. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung, viel Spaß und wirklich, lasst euch es gut schmecken, lasst euch einfach ein Giest genießt den Tag heute. Das Wetter passt auch herrlich. Dankeschön. Bravo! Bravo! Danke dem... Danke dem... Untertitelung des ZDF, 2020